Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Frostpunk. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und unsere Probleme sind teils, teils gelöst. Eher viel, teils nicht gelöst, aber naja gut. Das sind halt die Probleme, die normal sind, glaube ich, bei Frostpunk. Ähm, wir wollen einen weiteren... ein weiteres Speisehaus bauen, damit unsere Jäger auch... beziehungsweise das Essen, was unsere Jäger bringen, auch umgesetzt werden kann. Hier würde ich gerne Wohnraum mitbauen. Wir kriegen ja noch einiges an... Na, komm, irgendwas halt hier. Dann bauen wir das da hin. Wir kriegen ja noch mal einiges an... Lords, die hier... Wohnraum wollen. Wir haben ein großes Problem der Kohle immer noch. Müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie gestemmt bekommen. Wir produzieren... ...noch ein bisschen Holz mit dem... ...Mauerbohrer hier hinten, ne? Ja, 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 ja. Jetzt können wir... Jetzt können wir... Jetzt können wir... ...den Dampfkohlegenerator hier erweitern, in der Hoffnung, dass das noch mal ein bisschen was an der... ...Kohleproduktion erhöht. Wir haben dann... Ah, hier passt kein weiteres Rohstoff, die Puren. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Hier hinten könnten wir noch eins hinbauen zur Not. Aber der reicht nicht bis da hinten hin dann. Ne, kacke. Ah, super. Na gut. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir haben jetzt... ...nachts... ...morgen würde ich gerne mit der... ...mit dem Stahl, den wir jetzt zusätzlich produzieren... ...würde ich die Häuser mal erweitern wollen. ...dass wir... ...keine so kalten Wohnungen mehr haben. Außerdem können wir jetzt mal auch mal anfangen... ...die... ...Dampfzentren vielleicht umzubauen. Denn wir haben ja jetzt die Reichweitenerhöhung. Das heißt, wir können die vielleicht ein bisschen effektiver sortieren. Weil die überschneiden sich jetzt natürlich ein bisschen. Und das ist nicht so nötig. Das könnten wir auch machen. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Weil wenn wir das tun... ...müssen wir die abreißen und neubauen. Und derweil ist es frostig. Das passt aber morgens genau der Tag dafür. Da dort ein bisschen... ...wieder die Temperatur steigt. Und wenn, wann nicht... ...wenn denn sonst. Ne, wenn denn sonst. ...müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie wieder Personal... ...wir haben zu wenig Personal. Wie kann das denn sein? Ja, ja, es passt schon mit dem Personal. Da müssen wir uns gar keinen Kopf machen. Hm. Hier beim Wirtshaus können wir, glaube ich, mal noch ein paar abziehen. Und die hier hinsetzen. Hier ist es zu kalt. So, machen wir auch Suppe. Es ist noch Suppe da. Wie viel Nahrung kommt es? Warte mal, haben wir noch irgendwo einen, den wir vielleicht auch noch wegziehen könnten? Ah, ja, nicht so, ne? Eher nicht so. Ich möchte sie nicht aus der... ...sit dem Gesundheitswesen abziehen. Aus dem Stahl kann ich aber auch nicht. Aus der Nahrung auch nicht. Wir haben momentan einfach wirklich keine... ...großen Lücken, die wir... Ah, das ist gut. Ne, das ist doof. Halt! Wie ist das mit der Nahrung jetzt? Na gut, müssen wir mal gucken. Vielleicht läuft das noch gar nicht in der Rechnung mit drin. So, jetzt haben wir hier... Wir hatten beim letzten Mal ja die verlängerten Schichten. Dementsprechend können wir jetzt mal überlegen, ob wir in die Richtung hier weitergehen. Wir können den Tempel bauen. Der würde aber wieder Rohstoffe und Platz kosten. Es darf nur... Aber es kostet einen Tempel. Was macht der? Unzufriedenheit wird gelegentlich gesenkt. Und er steigert die Hoffnung. Oh. Und ich kann mit Essenration... Okay, was ist das hier? Beschützer verringert die Unzufriedenheit stark. Warte, machen wir doch das. Wenn wir Unzuf... Wir haben Unzufriedenheit. Warte mal. Warte mal, wir haben Unzufriedenheit. Was? Wir machen mal die... Ja, die Predigt. Wir machen mal die Predigt. Und... Eine nächtliche Prozession. Die ist natürlich jetzt nur zu spät. Ich möchte das noch nicht gemacht. Und dann machen wir mal das Wort des Käpt'ns. So. Ah, guck mal. Sofort ist die Unzufriedenheit runter. Sehr schön. Hier haben wir den Ozeandampfer. Den... Nehmen wir noch mit. Sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, wir dackeln nach hier. Und gehen von dem dann vielleicht auf nach dort oben. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Wir haben nur noch 20 Kranke. Das ist ganz schön. Wir haben allerdings dafür jetzt nur noch für 11 Stunden Kohle. Tut mir leid, Leute. Wir müssen in den Kohleminen auch ein bisschen mehr arbeiten. Was ändert das an der Kohleproduktion? Oh, wir haben es fast... Fast... Wir haben es fast hingekriegt, auf ein Null zu gehen. Krass. Das heißt, wir brauchen definitiv noch einen weiteren... von diesen... Oder wir gucken... Ach, wir müssten auch in der Forschung mal vorangehen, dass wir die Kohleproduktion darüber erhöhen. Dass wir hier, wenn wir das haben, den Lochkartenrechner machen. Und dann hier Kohle-Mine erforschen. Das könnten wir auch noch machen. Jetzt wird mal bitte wieder warm hier. Haben wir denn so wenig... Ah! Ich brauche ein weiteres Haus der Heilung, aber ich habe kein Personal dafür. Das ist gerade ein bisschen unschön kombiniert. So, jetzt wird es gleich warm. Wenn es warm ist, wir können jetzt den hier gleich mal ausschalten. Wenn es warm ist... Warte, 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 warte. Jetzt wird es wärmer. Damit schalten wir den runter. Und... Jetzt... Zuerst... reißen wir diese ganzen Dampfzettel ab. Die müssen jetzt umgebaut werden. Die müssen anders sortiert werden. Hier ist noch eins. Da ist noch ein Dampfzentrum. Hier ist noch ein Dampfzentrum. Ich glaube, das waren alle, oder? Ja. Das war natürlich jetzt kurz mal frostig. Das ist mir klar... Uh, kacke, bitte. Das ändert gar nichts. Kacke. Ah, okay. Heftig, wie kalt das plötzlich ist, ne? Dann reißt mal ganz schnell ab, Leute. Reißt mal ganz, ganz schnell ab. So, da wird abgerissen. Sehr, sehr schön überall. Dann können wir jetzt nämlich mal ganz schnell schon mal gucken, wo wir die neu hin platzieren. Also... Wie ist es da noch warm? Ach nee, das ist, äh... Die Reichweite von dem... Hä, das ist doch die Reichweite von dem Dampfzentrum. Ne. Okay, also. Dampfzentrum, Reichweite. Also, wir können zum Beispiel hier eins hinbauen. Dann haben wir gleich bis hoch zur... zur Kohle. Wir könnten auch das hier... Warte, oder wir bauen das hier? Ja, dann haben wir gleich bis hoch zur Kohle. So. Dann bauen wir... Warte mal, der ist jetzt... Wo hatte ich den platziert? Hier. Dann bauen wir am besten... hier einen hin. Oder, warte mal. Ja. Und dann bauen wir am besten noch... hier. Scheiße, der geht nicht bis nach da ganz, ganz hinten. Warte mal, ist der hier? Wir müssen nach da. Warte mal, der geht jetzt... bis nach hier. Dann muss jetzt hier wieder einer hin. Der eine und... Eine Straße noch weiter... Nein. Ich weiß, wir müssen die Straße noch ein bisschen erweitern. So. Und jetzt hier das Dampfzentrum. Genau. Dann haben wir nämlich das abge... Ach, scheiße, damit ist das nicht abgedeckt. Das ist ja kacke. Könnte man das irgendwie mit reinpacken? Hier, ne? Ja. Dann bauen wir das da hin. Das bauen wir erstmal wieder ab. Dann... Die brauchen gar kein Dampfzentrum. Das ist ganz schön. Wobei doch die... Krankenhäuser vielleicht. Können wir hier das irgendwie noch so platzieren? Das müsste ich hier hin, ne? Ja. Das müsste ich hier hin. So. Und dann mal du bedeckst bis nach... Ach, das ist ja Blut. Mal gucken, vielleicht reicht das jetzt schon. Gucken wir mal, gucken wir mal. So. Schauen wir mal, inwieweit sich das jetzt verändert. Mit der Wärme, wenn das jetzt gleich gebaut wird. Sehr schön. Das ist alles erwärmt. Da wird erwärmt. Da wird erwärmt. Die Speer sind zurück. Mit ganz viel Zeug. Oh, wir brauchen... Oh, wir brauchen unbedingt... Rohstoffdepots. Unbedingt. So, aber ihr seid jetzt wieder da. Dann zieht ihr sofort los zum Fischerdorf. So, warte mal. Das ist jetzt alles erwärmt. Dort oben wird gerade noch gebaut. Da fehlt noch die Straße. Die wird aber gleich gebaut. Okay. Das bedeutet, zum einen können wir jetzt mal noch schnell die fliegenden Jäger weiter ausbauen. Sehr schön. Und... Wir haben... Guckt euch das an. Wir kriegen die Kranken gerade runter. Das ist sehr schön. Da ist es zu kalt drin, aber das dürfte sich ja gleich ändern, wenn er mal gebaut wird. Wieso wird er nicht gebaut? Ah, Generator-Effizienz. Sehr schön. Jetzt bauen wir den Lochkartenrechnung zuerst, damit wir die Möglichkeit haben. Wir brauchen jetzt auch mal wieder Personal für die Holzfäller. Jetzt haben wir ein bisschen zu wenig Material. Personal. Warte mal, hier können wir mal... Oh Gott. Wieso wird denn die Straße da nicht gebaut? Was ist denn da das Problem? Oh, ich sehe, was das Problem ist. War das denn die richtige Stelle für ein Dampfzentrum? Schau mal, das ist jetzt hier? Ja. Das ist die richtige Stelle. Okay. Ihr seid... Okay. Da könnte noch vielleicht einer hin. Müssen wir mal gucken mit... Ja, da muss einer hin. Aber mit Dampfzone 1, glaube ich, reicht da, wenn ich da eine Dampfzone 1 hinbaue. Können wir das jetzt schon einstellen? Die noch nicht. Okay. 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 Ja, ja, wir haben Schwierungen für das Polen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wieso wird hier nicht... Was ist... Achso, warum wird das nicht gebaut? Oh, wir wissen. Was? Das ist ja richtig kacke platziert gerade. Warte mal, denn... Warte, halt. Ich glaube, kriegen wir das anders hin? Ne, kriegen wir eh nicht anders hin. Scheiße, da muss ich auch noch einen dritten hinbauen. Och, kacke. Na gut, da muss hier einer noch hin, aber mit einer kleinen Zone. Da wird schon die kleine Zone auch wieder reichen. Die Arbeiten, die sind jetzt natürlich an anderen Stellen arbeiten sie gerade. Das ist nicht so geil. Weil es wird gleich Nacht. Und ich hätte gerne noch die Häuser erweitert auch. Aber wir haben jetzt schon genügend Arbeitsstellen. Da kann ich jetzt nicht noch mehr Arbeitsstellen... Also die Häuser jetzt noch abreißen. Wenn ich das jetzt mache, dann ist es Paddy. Wenn ich jetzt noch die Häuser abreiße. So, da hinten ist warm. Sehr schön. Hier ist jetzt warm. Der kriegt im Bereich Zone 1. Das reicht dir. Jetzt haben wir hier, warte mal, also da kommt Rohnahrung und Essensration rein. Und dann machen wir, im letzten machen wir Kohle. Da kommt Kohle rein. So. Du bist auf diesem Bereich. Und hier kommt Kohle. Einen davon bauen wir mal auf die normale Stufe. Das reicht, wenn da einer nur noch Stahl arbeitet. Wobei! Ähm, weiß ich gerade nicht. Wir brauchen Stahl. Ähm, so. Unzufriedenheit, Unzufriedenheit, wurscht. Wir können, da wir so viel Essen haben, mal wieder die Essensration verteilen, um die Kranken schneller wegzukriegen. Wir haben ja gerade richtig viel Essen. Auf Tasche. Auf Cash. Und hier ebenfalls. So. Haben wir noch irgendwo... Das waren alle, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4. Hier ist nix. Okay. Etwa zwei Tage. Was ist euer Problem? Eiskalt Unterkünfte. Käpt'n, die Leute haben sich versammelt. Okay, wir beheizen einige Unterkünfte. Kriegen wir hin. Halt. Wie sieht's aus? Naja, eiskalt ist ja auch relativ, ne? Aber ja, ihr habt schon recht. Hier hinten müssen wir unbedingt auch mal... Da muss auch noch einer, ein Dampfzentrum hin, wenn ich das gerade richtig sehe. Da reicht zwar auch wieder ein kleines, aber das muss da unbedingt hin. Dann haben wir dort hinten jetzt beheizt. Dann können wir den ja ausmachen, theoretisch sogar. Kohle sparen. Der muss... Der... Muss der? Nö, muss gar nicht. Okay, sehr schön. Speisehaus muss dann auch nicht. Und ihr müsst auch nicht. Okay, so. Wir beheizen einige Unterkünfte, indem wir sie abreißen und umbauen. Und zwar zu Baracken. Wir fangen innen an. Wir fangen auf der Seite an und arbeiten uns dann einfach durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 26 muss ich umbauen. Kacke. Ja, das wird eine ganze Welle dauern. Warte, halt, stopp. Es ist Nacht. Wir machen den Overdrive wieder an. Das war scheiße. Oh, das war kacke. Jetzt müssen wir die nämlich irgendwie einen Tag und 22 Stunden halten, was aber nicht geht, weil wir nicht den Overdrive so lange anlassen können. Uuuh. Verdammt. Jetzt haben wir uns gerade ein bisschen ins Knie geschossen. Die nächtliche Prozession beginnt. Sehr schön, wir haben... Gut. Keine Probleme mit der Hoffnung. Das ist alles in Ordnung. Aber jetzt kommen gleich neue Lords und zwar 100. Das heißt, wir bräuchten wieder 10 Häuser. Oder warte mal, wie viele Häuser haben wir gerade? Wie viel Wohnraum haben wir gerade... Äh, wir haben gar kein Wohnraum frei. Wir produzieren... Wieso haben wir Standardmahlzeiten? Weiß ich gerade nicht. Äh, wir produzieren knapp Nahrung. Das reicht nicht ganz. Kohle haben wir mehr jetzt genug. Das ist sehr schön. Warum reicht die Nahrung nicht? Verstehe ich gerade nicht. Naja, ist auch egal. So, wir werden die Häuser schon mal gebaut. Sind zwar keine 26. Lord Craven kommt. Ich weiß. Das Problem, dass der Typ jetzt in Begleitung der Kinder kommt, damit man ihn nicht wegschicken kann. Der Overdrive explodiert bald. Äh, ja, das schaffen wir nicht. Ich meine, die sind jetzt hier zwar schön warm, aber es sind halt nicht 26. Es müssen 26 Häuser sein und wir haben keine 26. Shit. Ah ja. Auf jeden Fall haben wir die Kranken jetzt alle so weit behandelt, dass sie nicht mehr draußen rum wohnen. Das ist schon mal ganz schön. Ja, wir werden die... Ja, kriegen wir schon hin. Ja, wir werden die Krankenhäuser aufbauen. So. Wir beginnen damit, dass wir öffentlich Buße tun. Natürlich nicht. Wir machen das zuerst. Die Hoffnung steigt. Die Unzufriedenheit sinkt. Und jetzt brauchen wir Wohnraum. Das ist natürlich richtig scheiße. Weil ich jetzt eigentlich noch Barocken... 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 Barocken umbauen möchte. Und es irgendwie schaffen muss, Klassenkünftig lösen. Ja, 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 ja. Irgendwie müssen wir jetzt die... Menge an... Ne, da, das reicht. An Häusern hochkriegen, die... Aufgewertet sind. Und ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen... Ob wir die aus 26 hochgepusht bekommen. Wir haben den Lochkartenrechner. Das ist ja jetzt auch das Problem. Wir haben den Lochkartenrechner, aber wir können jetzt die Forschung davon nicht machen. Sollen wir mal ganz kurz gucken. 2030... Was wir da jetzt erforschen können. Das würde ich gerne erforschen. Ich würde aber auch gerne das gerne erforschen. Uuuuuh... Den würde ich gerne erforschen. Das hier natürlich auch. Ganz klar. Generator Leistung. Außenposten. Da kommen wir eh nicht mehr dazu. Häuser. Ja, das müsste man jetzt auch noch machen. Oder die Jagdtaktiken. Dann haben wir wieder mehr Personal. Ja, das sind die Jagdtaktiken. Machen wir 2030. Dann machen wir die Jagdtaktiken. Hier haben wir wieder... Rohnahrung. Die... Ach komm, wir nehmen die mit. Wir schaffen es eh nicht, Außenposten zu bauen. Weil... Wir wissen ja, dass vermutlich in drei Tagen... das Spiel vorbei ist oder in vier Tagen. Ich muss den gleich wieder ausschalten. Und dann haben wir ein Problem. Mal gucken. Das werden keine 26 sein. Wir müssen Häuser bauen. Es bringt gar nichts, gerade jetzt die, ähm, zu erweitern, weil wir brauchen neue Häuser für die neuen Leute. Aber, das würde ich sagen, ist die Aufgabe für die nächste Folge für das Zukunftskaninchen. Wir haben dem Zukunftskaninchen eigentlich eine relativ gute Situation gegeben. Er hat zwar ein paar Kranke, ein paar 150, aber die können wir zur Not auch wieder mit... Die sind alle nicht mehr so lange krank. Wenn man das hier sieht, geht das gerade alles immer ruckzuck. Ah, gut, hier gerade nicht. Naja, gut, dann doch nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie vielleicht noch ein weiteres Haus der Heilung hinbauen. Wir brauchen aber auch Häuser unbedingt. Wir haben langsam auch keinen Platz mehr. Wir brauchen ganz viele Häuser. Und das werden wir nicht schaffen, da wird wieder Unzufriedenheit entstehen. Aber das sind alles Dinge für die Zukunft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020